ja du hast gehört naja nicht mich okay alter wie altmodisch zum glas kann ich nicht entkommen vielleicht zumindest ihre liebe damit Okay. Nein, geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Oh, 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 oh. Alter. Nein. Ich wusste nicht, dass ich nochmal kommt. Achso. Scheiße, wie plötzlich es ist. Okay, dann muss ich es uptime natürlich. Dann muss ich es natürlich uptime. Okay, diesmal hat sich auch das gehört. Macht nichts. Hab ich auch ein Versteck. Alter, beruhig dich doch. Ja, schlag die Kinder nur. Ah, diesmal konnte ich dem Glas ausweichen. Sehr gut. Ist das nix? Okay. Ich bin mir nur unsicher, was ich... Ah, doch, ich konnte noch hochklettern, ja. Okay, diesmal hat sich nichts gehört. Gut, alles gut. Alles tut die Fruté. Ich hoffe, es kann sich nicht strecken. Ah, okay, noch weiter geht's nicht. Gut. Schon wieder irgendwas mit der Ente hier. Ist aber kein Hut, gell? Nein. Kann ich das hier nutzen? Ja. Das heißt bestimmt doch, oder? Ja, klar. Weg hier. Das hast du natürlich gehört. So, komm ich mal von diesem Raum endlich mal weg. Ne, äh... Super. Super! Schlag doch die Kinder weiter. Weißt du, habt doch Spaß. Und hör auf, mich zu verfolgen. Okay, ich denke, hier kommt sie noch nicht hin. Auch wieder komische Räume hier. Kann ich das verschieben? Nein. Doch. Das ist doch ein Hut, oder? Weil wenn ja, will ich den haben. Ja, ist ein Hut. Bisschen neues Design hier, bitte. Wir wollen doch immer schön schick aussehen. Gut, und jetzt bitte nach rechts. So, von hier komme ich weiter. Ja. Äh, okay, nix mit meinem Schlauch. Weg, 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 weg. Äh? Äh, ah, doch. Alter, wer stapelt denn die Bücher so? Nein. Ich bin so runter, ich muss... Äh, äh, äh. Warte mal auf jetzt. Oh. Stress mich. Oh, toll. Nein. Nein. Okay, ist noch nicht vorbei. Ja, geh. Schlag die Kinder. Oder geh weg. Komplett. Ist mir scheißegal, überhaupt so. Oh. Oh, Gott sei Dank, ist die weg. Gott sei Dank, ist die weg. Aber ich bin so alleine. Ich bin nicht wieder... ...zu zweit hier rummeiern. Okay, hier gibt's wahrscheinlich nichts. Woher kamen die eigentlich? Die kamen hierher, gell? Okay, die Kamera will nicht genau mit. Dann geht's jetzt auch nicht lang. Na dann. Achso. Hier geht's auch nicht lang. Dann übersehe ich was. Dann übersehe ich etwas. Hätte ich doch auf den Büchern bleiben sollen? Na, sie hat mich auch nirgendwo hingeführt. Entweder ist sie sowas von auf... ...und auch das hier vielleicht. Ja, okay, wahrscheinlich muss ich einen Türgriff benutzen, dann geht's. Na, dann kommt Herr Bücher. Für was braucht man euch denn sonst noch? Ich glaube nicht, dass ihr so oft Bücher liest. Das ist eine klasse Idee, vor allem, wie ihr hinterher zu gehen. Auch hier wieder so ein verbrannter... ...verbranter Mülltor, ne? Na komm. Na komm schon. Du kannst doch auch, das weiß ich. Aber man sollte eigentlich nicht hoch anscheinend. Gut. Bin ich hier noch alleine? Ja, gell? Okay, ich bin hier alleine. Wobei ich hier noch nicht hochsehe. Wo sehe ich Schatten, die sich bewegen? Ah, es ist nur von außen, okay. Äh, ja. Okay. Das Schloss rechts sagt mir schon mal, da muss ich hin. Das Prinzip habe ich schon verstanden. Dann muss ich wahrscheinlich zuerst hoch. Und wahrscheinlich erst mal ein paar Rätsel lösen. Was auch noch das hier ist. Ah. Nein, 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 nein. Mach das dran, mach das dran. Mach das nochmal da dran. Komm, ich bin nur da hoch. Yes. So, ich... Alter, hier sieht es krank aus. Ich gucke noch ganz kurz, ob links ein weiteres Rätsel ist oder... Äh, ein Secret. Weil ich auch das abgeakt habe. Und die mal diese Uhren überall, gell? Ah. Tatsächlich ein Secret. Dieser Strick war aber sehr wohnruhigend. So, schnell wieder rüber. Das ist mir gerade ein bisschen zu ruhig. Ich kann nicht so richtig entspannen dadurch. Ist das die Königin? Wow. Sehr beruhigend. Aber ich sehe schon, die Schachfiguren, die weißen sie nicht. Richtig aufgebaut. Aber das können wir ändern. Auch hier wieder das Psycho-Auge. Hier hat aber jemand Spaß. Yes. Schon mal ein Teil habe ich. Aber eigentlich nur insgesamt ein Teil. Muss ich jetzt dahinter das hinsetzen, womit ich gewonnen hätte? Im Spiel. Hm. Na ja, an sich. Keine Ahnung. Ach, jetzt waren wir hier dran. Okay, es passiert nichts. Ich dachte, es löst was aus. Okay, hier ist auch nichts. Wie komme ich denn dann nach oben? Ah, nee. Doch, 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 doch. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Hier, das, da brauche ich wieder. Das brauche ich noch ein zweites Mal. So, genau, dann kann ich den König einsetzen. Was weiß ich hier hin? Das letzte fehlt mir aber. Ich habe mich jetzt nirgendwo gesehen. Oder kann ich mithilfe der Figuren Schachmatz ersetzen? Kann ich? Ich gucke mal ganz kurz. Wäre vor allem interessant, wenn man hier die Schachregeln dafür kennen muss. Tatsächlich. Man muss Schachregeln können. Weil damit ist der König Schachmatz. Okay, da ging mir ein Lichtchen auf. Das ist sehr schön. Das ist vorher auch schon so. Ah, hier ist die Lösung. Okay. Okay, verstehe. Jetzt, da muss man die Schachregeln doch nicht kennen. Einfach nur die Reihenfolge einsetzen. Gut, aber was habe ich dadurch geschafft? Aus so einem Strom angemacht. Ich will sehen, was passiert. Ich stehe noch ein bisschen auf dem Schlauch. Hier brauche ich ja weiterhin den Schlüssel, richtig? So. Okay, da kann ich nicht hoch. Und hier links gab es auch nichts. Also das hier, was ich nachher forschen wollte. Aber aus irgendeinem Grund der Charakter. Nicht der Hochwieder. Dann hat das auch nichts zu bedeuten. Oh, sie juckt. Schöner Hall. Okay, 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 okay. Dann muss was damit zusammenhängen. Kann ich das nicht wieder abmachen? Okay, nein. Und es geht nur das Licht an. Mehr nicht, ja? Ja, ich höre etwas, dass irgendwas aufgeht. Aber was denn? Hier ist ja nichts. Was geht denn noch auf? Moment, Moment, Moment. Okay, nein. Oh, nichts. Ich dachte, weil da Räder sind, kann ich es vielleicht verschieben, aber... Oh. Oh. Ich seh es einfach nicht. Ich stehe auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß, was sich öffnet. Doch, vielleicht ist links die Tür so unscheinbar, außer vielleicht ist die jetzt offen. Was? Das Schachspiel wurde nicht gespeichert. Weil links war ja auch eine Tür, die sah halt nur langweilig aus, deswegen habe ich nicht darauf geachtet. So, der Turm kommt da hin. So. Der König kommt da hin. Und die Dame natürlich dann dementsprechend rechts. Und dann ist der König auch schon Schachmat. Na komm. So. Jetzt bleibt. Jetzt muss ich nachschauen. Und diesmal nicht runterfallen. Lass mich also auch ein bisschen von den Schatten und so weiter ablenken. Und habe ich recht. Nein, habe ich nicht. Okay. ja. Nicht runterfallen. Und die Flaschen runterwerfen. Ja. Das ist wahrscheinlich komplett offensichtlich, nur ich stehe halt komplett auf dem Schlauch. ganz am Anfang irgendetwas. Na egal. Was übersehe ich? Ich meine schön, da ist ein Licht an und weiter. Kann ich mit dieser großen, auffälligen Ohren interagieren? Irgendwie interagieren? Nö. Was und wo verändert sich was? Ich probiere mal was. Eigentlich so müsste der König auch schon mal zeigen, ja? Ja. Stand das so da auf dem Blatt? Ok. Kapiert. Schon wieder so eine Quitschehähnchen. Was dieser Hund immer soll? Ist auch eine gute Frage. Ich schaue noch mal auf dem Bild. Habe ich echt mich einfach weggeguckt? Ja. Tatsächlich. Ok. Jut. Deswegen ging das bei beiden. In beiden Fällen ist das Schachmatt, aber ich muss natürlich rechts hoch. Dann war es doch etwas offensichtlicher. Dann nichts wie weg hier. Wobei dann dementsprechend die Lehrerin auch nur hier weitergegangen sein kann. Also die werden wir nicht so schnell los. Das war's. Das war's. Das war's. Und das war's. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020